Ich darf recht herzlich Herrn Christian Berger begrüßen von Auftrat und er wird uns jetzt zeigen, also die praktische Arbeit, wie man mit Audios in der Schule auch unterrichtet, wie man das plant. Ich darf gleich an Sie übergeben. Ja, herzlichen Dank. Mein Vorhaben ist eigentlich nicht, jetzt im Detail eine Audioproduktion durchzupacken, sondern einen Überblick darüber zu geben, wie das österreichweit funktioniert, nachdem der Christoph Kändl ja jetzt schon einiges erzählt hat über die Radiobande in Wien. Und ich habe mit den Schülern lange Zeit eben als Lehrer gearbeitet in dem Bereich und habe anschließend dann auch in der Hochschule, an der Pädagogischen Hochschule in Wien gearbeitet und habe dort ebenso Audioproduktionen und das Medium Audio bearbeitet, auch mit Forschungsprojekten etc. Und ja, die Bilder, die Sie da sehen, sind einige Aufnahmen aus einem Buch, das dann die Forschungsprojekte beinhaltet. Das heißt radiobox.at und dort findet man alle die Sachen, ja, so Aufnahmen aus den einzelnen Dingen und auch die ganzen Produktionsweisen in den unterschiedlichen Radios, bei denen jetzt, wenn man sich das anschaut, heute, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das bei Ihnen da jetzt so ausschaut, welche Fragen Sie haben zu dem Thema. Ja, weil dann würde das natürlich in den Vordergrund stellen und Sie nicht nur begüten mit Vortrag. Also falls Sie irgendwelche Fragen haben, schalten Sie das Mikrofon ein und stellen Sie Ihre Fragen. oder Sie schreiben es dann einfach in den Chat rein, dann kann man das da daneben anschauen. Gibt es irgendwas? Nein. Gut, Sie wollen also lieber beschallt werden, also gibt es jetzt was auf die Ohren und ich möchte das euch halt anschauen. Eine Fachtagung zum Thema freie Medien und Bildungsarbeit. Warum mit freien Medien? Weil freie Medien in Österreich die einzigen sind, die mit Schulen auf Augenhöhe und mit Schülerinnen auf Augenhöhe Medienpädagogische Projekte umsetzen. Dort ist es möglich, dass sich Schülerinnen und Kinder Jugendliche direkt artikulieren und ihre Lebenserfahrungen, ihre Fragen, ihre Einstellungen auch medial umsetzen lernen. Und nur durch die konkrete Medienarbeit ist es möglich, hinter das Bild zu gucken, zu erleben, dass außer dem, was man hier am Bildschirm sieht. Und auch noch einiges los ist, wie zum Beispiel ihr auch Rex, Sir und jemand, der die Blumen herstellt und alles andere, damit sie hier ein schönes Bild haben. Das sehen Sie ja alles nicht. Und man muss dahinter denken. Und das ist, denke ich mal, der Anfang von kritischer Medienanalyse. Heute ist kein normaler Unterricht. Heute geht's ins Radio. Also mir hat es sehr gut gefallen, dadurch, dass man endlich mal mit dem Medium Radio mehr in Kontakt kommt. Und einfach mal mit so einem Studio in Kontakt kommt, mal die Grundlagen lernt. Und das habe ich dann schon sehr interessant gefunden. Mir persönlich macht es einfach irrsinnig viel Spaß mit Jugendlichen, zum Arbeiten. Da ist noch ganz viel unverfälschte, sprühende Energie vorhanden. Ich habe das toll von, dass es eigentlich so ganz einfach geht, dass man mal eine Radiosendung macht. Das habe ich vor dem Projekt nicht geglaubt, dass das einfach so einfach geht. Es ist schön zu sehen, für mich und für sie, dass sie Anliegen haben überhaupt, die sie vertreten. Anliegen, die irgendwie politische oder gesellschaftliche Relevanz haben. Hallo und herzlich willkommen bei unserer Mädchenradiosendung. Wir sind aus einer Mehrstufenklasse aus der 10er Straße 1140 Wien. Wir hoffen, dass diese Radiosendung sehr unterhaltsam sein wird. Mit dem Studio sind Lea, Nele, Johanna, Rosa, Mara, Franziska, Zoe, Rikki. Rikki wird jetzt gleich eine Geschichte vorlesen. Die zwei Freundinnen singen zusammen. Es war einmal die große Lili. Ihr war ganz langweilig. Sie rief ihre Freundin an und fragte, ob sie zu ihr kommen kann. Sophie Lillis Freundin sagte, Ja, gerne. Du kannst zu mir kommen. Ich habe heute eh nichts vor. Danke. Dann bis gleich. Lili zog sich rasch an und dann ging sie zu ihrer Freundin und dann sangen sie eine Stunde gemeinsam. Von Rikki. Radio Igel Die neue Mittelschule wird Regelschule. Bundesministerin Claudia Schmidt lädt im Mai 2012 rund 800 Expertinnen und Experten zum Erfahrungsaustausch ein. Auch wir vom Radio Igel, dem waren im Austria Center Wiener und haben die Teilnehmenden fürs Mikrofon gebeten. Den Anfang macht Bundesministerin Claudia Schmidt. Unsere erste Frage ist, was sollte man in der Schule eigentlich lernen? Das Allerwichtigste, glaube ich, ist Zutrauen und Selbstvertrauen. Neben dem Fachwissen und den Fakten, die einfach heute dann auch ein bisschen zur Allgemeinbildung dazugehören, ist es wichtig, dass man sich gut ausdrücken kann, dass man die Grundkompetenzen beherrscht, schreiben, lesen, rechnen, aber vor allem, dass man an sich selber glaubt. Ich bin okay, das muss der wichtigste Grundsatz sein. Da könnte ich sagen, werdet menschliche Menschen. Das ist auch ein großes Ziel. War es so, dass Hitler gelogen hat, oder wollte er das Ganze erfüllen, was er versprochen hat? Er wollte das sicher so, aber er wollte eben alle Feinde vernichten. Und er hat direkt bei einer Partei, bei einer großen Veranstaltung, hat er gesagt, dass er wird drei Gruppen aus Deutschland ausraten. Das sind die Juden, die Sinti und Roma, damals Zygauner genannt, und die Zeugen Jehovas. Also das hat er schon vorgehabt von Anfang an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieses Mal mit der 1A-Klasse der Neuen Mittelschule 2, Schulgasse Bad Ischl. Unsere Klasse ist eine besondere Klasse. Wir berichten euch über den Alltag mit unserer blinden Mitschülerin Philomena. Wie ich lerne, wie ich lese, wie ich schreibe und wie ich mich zurechtfinde. Außerdem hört ihr Musik von uns selbst gemacht. Schaltet euer freies Radio ein. Viele und auch neue Schulradio-Projekte bereichern die Szenerie. Sie heißen Radio Igel, Gecko Art, Schulradio Oberpullendorf oder Radiobande Wien. Schule macht Radio. Bei jedem der 14 freien Radios Österreichs. Von Dornbirn bis Wien. Wer mehr wissen möchte zum Thema Schule und Radio, findet Infos unter www.radiobox.at Mein großer Wunsch wäre in der Schule ein eigenes Aufnahmegerät, dass man auch wirklich ganz schnell das Mikrofon als Bleistift verwenden kann und das, was man im Unterricht gelernt hat, das Wissen, das man hat, das die Kinder gerne weitergeben möchten, auch hörbar machen kann und nicht immer nur aufschreiben muss. Ich bin ein bisschen langsam und deswegen habe ich länger gebraucht, um das wieder umzuschalten und muss das noch irgendwie wegkriegen. Ich hoffe, ihr konntet da zuschauen, zuhören, was so aus den verschiedenen Bundesländern kam. Was gab es da für Eindrücke? Es hat da Fragen bei euch aufgetaucht. Ich habe in dem Chat übrigens alle Links, die ich da in dem Vortrag drinnen habe, reingeschrieben. Man findet das auf dem Board. und Christoph hat vorher ja schon erzählt, was alles beim Radiomachen bei den Kindern so an Tätigkeiten und Auftauchen, Sachen auftauchen, die ihnen in der Entwicklung und in ihrer Arbeit helfen und in ihrer Persönlichkeitsbildung vor allem auch. Vielleicht ein paar Worte noch darüber hinausgehend über das, was technisch dahinter steckt und was technisch irgendwie verwendet wird zur Produktion und zur Zusammenarbeit, weil diese Sachen ja, gerade wenn es um bundesweite Geschichten geht, die es auch gibt, ja nicht so funktionieren, dass man miteinander in einem Raum steht. Also es werden größtenteils Open-Source-Sachen verwendet, Open-Source-Programme verwendet und auch deswegen, weil es darum geht, dass das auf verschiedensten Plattformen genutzt werden kann und wir versuchen auch Programme zu verwenden, die nicht dazu dienen, dass irgendwo Daten gesammelt werden von Stellen, die wir eigentlich nicht füttern wollen. Das Problem ist halt schon, dass da überall Microsoft die Finger drinnen hat, aber es gibt viele Sachen, die man machen kann ohne eine Microsoft-Plattform. Findet man im Open-Source-Bereich, zum Beispiel das Arbeitsprogramm zum Schneiden, Audacity.de ist da ganz gut, wenn man sich das von dort downloaden kann, das ist auf alle Plattformen verfügbar. Aufonik.com ist ein Programm, mit dem man nachbearbeiten kann online. Das heißt, wenn ich etwas aufgenommen habe und ich will das bereinigen und vom Klang her anpassen, das ist ein professionelles Programm, das aber von einer kleinen Community in Graz entwickelt worden ist und da kann man das auch kostenfrei nutzen. Studiolink.de ist ein Programm, auch auf einer Online-Plattform, das ermöglicht, dass man mit Leuten über das Netz aufnimmt und spricht und die Aufnahmen aber dann auch in einer sehr guten Qualität hat und man hat auch gleichzeitig die Möglichkeit, auf beiden Seiten aufzunehmen und das dann zusammenzufügen. Und falls es Unterbrechungen gibt in der Übertragung oder Ähnliches, hat man die Möglichkeit, auf das direkt am Rechner aufgenommene Programm zu nehmen. Mehr Programme zum Zusammenarbeiten findet man auf faircom.eu. Das ist eine Genossenschaft, die in Dornbirn angesiedelt ist und zahlreiche Programme zur Verfügung stellt, die beim Online-Arbeiten sind. Nicht nur für Audio, sondern eben gemeinsam zum Beispiel das Bett, in dem die Links von mir drinnen stehen, das da in den Chat ist, das ist bei denen angesiedelt in Dornbirn. Und hat den Vorteil, dass, ja, also da gibt es sowohl Web-Tools für Web-Konferenzen oder für Cloud-Projekte, also Nextcloud etc. kann man dort nutzen. Zum Teil kann man eben, es gibt dann für die, die haben wir für das Bundesministerium das Termino bei einer Laufen, und das ist was, wo man dann nicht mehr Tudo verwenden braucht, sondern man kann auch eine datenschutzkonforme Version verwenden. Diese Sachen wie Datenschutz und auch Nutzungsrechte etc. sind natürlich gerade in der Audio-Produktion sehr wichtige Geschichte, weil die Stimmen von Menschen sind natürlich sensible Daten, auch von der Datenschutz-Verordnung her. Und man darf das nicht einfach irgendwo hinstellen oder veröffentlichen, ohne dass man es abkehrt mit den Leuten. Ist in der Praxis kein Problem, wenn man es von Anfang an beachtet. Dazu gibt es die Sachen, die jetzt da irgendwie gespielt sind und so weiter, die sind alle unter Creative Commons License, das heißt eine offene Lizenz auch für Open Education Ressourcen geeignet. Und die findet man dann dort auch bei faircom.eu, ist auch die österreichische Initiative von Creative Commons beheimatet. Dort findet man dann noch mehrere Materialien zu dem Thema auch. Also auch diese, leider gibt es im Urheberrecht, Sandra Schön hat das angesprochen im Einstiegsvortrag heute, in der Keynote, es ist leider irgendwie verabsamt worden, während der letzten Urheberrechtsnovelle, da Lobbyarbeit in die Richtung zu betreiben, dass es schlicht und einfach für den Bildungsbereich eine freie Nutzung gibt. Und daher muss man da doch sehr aufpassen, dass man vor allem mit Musik und Ähnlichem in der Schule nicht in die Problematik kommt, dass ich es zwar dann fertig habe und aufgenommen, aber ich kann das nirgends verwenden und nirgends online stellen, weil ich zum Beispiel irgendeine Musiknummer verwende und die Kinder nehmen halt das, was sie aus dem Radio hören und nicht irgendwie die ausgewählten Dinger. Es gibt zwar eine Menge Plattformen, wo man Musik hernehmen kann, die unter Creative Commons Lizenz steht, allerdings muss man sich auch erst angewöhnen, dass man da mitarbeitet und die Kinder daran heranführen. und es gibt auch Soundarchive, wo die Sounds frei nutzbar sind. Allerdings muss man eben auf das schauen. Nur der übliche Gebrauch ist ja so, wenn man ein Netz, was findet, schau, nimmt, man es verwendet, und es kümmert sich ja niemand drum. Nur wenn man es dann publiziert auf den Webseiten der Schule oder sonst wo, dann gibt es schon die Probleme, weil es immer mehr Anwaltskanzlerien in Deutschland Roboter entwickeln haben lassen, die darauf spezialisiert sind, so Sachen zu finden, ob das jetzt Bilder sind oder sonst was, auf Webseiten, die eben nicht entsprechend nutzungsrechtlich abgeklärt sind. Ja, das ist das Problem von dem her. Das kann man zum Teil damit umgehen, dass man auf Netzwerke zurückgreift, die es in Österreich eben gibt, die der freien Radios. Die sind in ganz Österreich verteilt, wir haben es ja vorhin gehört, mit den verschiedensten Dialekten etc. Es gibt also zwei Schulen in Österreich, die an der Schule selber einen Sender haben, das eine ist Radio Oberpolendorf, das ist ein Gymnasium in Grünland, und das zweite ist in Oberösterreich beim Freies Radio Freistaat arbeiten, die haben da auch ein Gymnasium, das einen eigenen Sender hat und eine regionale Sendelizenz. Die freien Radios insgesamt haben alle diese urheberrechtlichen Sachen für Musik etc. abgeklärt, und deswegen ist es auch die Möglichkeit, im CBA, in diesem Cultural Broadcast Archive, die Sachen zu publizieren. Wenn man also Schulprojekte macht, die online sind, dann sollte man sich so einen Partner holen, weil damit hat man die Sicherheit, dass die urheberrechtlichen Sachen, haben wir es veröffentlicht, auf denen an einer Plattform entsprechend auch abgedeckt sind, urheberrechtlich. Das ist, wie gesagt, auch interessant, weil es vor früher hat es nur Wien gegeben und in Kärnten ein bisschen was, aber in der Zwischenzeit ist es doch sehr breit. Und in die Radiofabrik in Salzburg zum Beispiel, da gibt es auch Karton Air. Das ist ein Projekt, wo sie mit einem Gymnasium zusammenarbeiten, wo die sogar maturieren können in dem Themenbereich Medienarbeit, Radio usw. Dann gibt es noch den Bundesverband Medienbildung. Auf die Webseiten kann man auch hinschauen. Da gibt es auch einen Newsletter, der weitergegeben wird. In dem Bundesverband Medienbildung findet man sehr viele Expertinnen oder Leute, die eben bei Schulprojekten unterstützen können und dort vor Ort helfen. Es gibt dann auch Finanzierung für die, wenn man mit den freien Radios zusammen die Sachen macht, kann man über das Ministerium Teilfinanzierung kriegen, falls der Leute behilflich sein, wenn man nicht allein nicht zurende kommt, um sowas zu machen. Es gibt dann im Jahr, seit acht Jahren, oder ein Jahr haben wir einen Schulradiotag. Das heißt, da wird ein Tag lang von neun bis 17 Uhr in Österreich auf allen freien Radios ausschließlich Produktionen von Schülerinnen und Schülern gesendet in den lokalen Radios. Heuer wird das auch wieder stattfinden, so rund um den 30. November herum. Und da kann man auf der einen Seite mitmachen, auf der anderen Seite kann man mit den Kindern da hören. Ich habe das CBA jetzt schon mehrmals erwähnt. Das ist die Plattform, die... Herr Berger, entschuldige mich, dass ich Sie verbreche, aber wir sehen nur Ihren Desktop. Was? Wir sehen nur Ihren Desktop. Also, wir sehen drei schwarze Felder. Okay. Also, falls wir eine Präsentation haben... Ja, ich tue es noch einmal. Tut mir sehr leid. Seit wann? Ja, eigentlich schon immer, aber bei der Audiodatei habe ich mir nichts gedacht, weil ich mir gedacht habe, es geht ja am Radio und beim Hören. Nein, nein. Tut mir leid. Jetzt sehen wir Ihre Folien. Es hat natürlich ein Video gegeben. Es tut mir leid, wenn Sie das nicht gesehen haben. Jetzt ist es zu sehen. Jetzt ist es zu sehen. Ja, es tut mir leid. Ich habe mir zuerst gedacht, es geht ja... Sie schichten nur Audiodateien vor. Tut mir leid, wir haben es vorher herausprobiert, dass es funktioniert. Ja. Okay. Sie finden im... Noch einmal im Chat müsste der Link Ihnen sein zu den ganzen Sachen. und da ist auch der Link zu den Folien und dort finden Sie auch dann das zu den Audiodatei da drin und so. Also, wie gesagt, das war Schulradiotag. Dann gibt es einmal im Jahr eine Nachttagung bei Medien- und Bildungsarbeit, wo aus ganz Österreich Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen und den außentrennen Medien zusammenkommen, um dort Sachen auszutauschen, neue Sachen zu besprechen, neue Projekte zu entwickeln, etc. Wer sich da nachlesen möchte, kann das in der Radiobox.at in dem Buch gehen. Das ist auch als Open Education Resource online verfügbar. Der Link ist auch in der Sammlung drinnen. Da kann man es als PDF downloaden, weil ich glaube, es ist schon vergriffen. Also als Print-Medium ist es, glaube ich, nicht mehr verfügbar. Dann gibt es Materialien bei Comit. Comit ist ein Verein, der vor allem Forschung und Ausbildung bei den freien Radios macht. Da gibt es etwas über Medienrecht, Ethik. Da kann man sich die Grundlagen holen, was darf man, was kann man nicht. Es gibt zwei Radio 1x1. Da drinnen sind auch die Grundlagen für solche Sachen zu finden. Ja, hier noch einmal die Linksammlung, die ich da jetzt angesprochen habe, bei dem. Und falls jemand noch an der Fachtagung teilnehmen möchte, die heuer vom 13. bis 15. Juni in Schlierbach ist, ist die Inskription zwar über die Pädagogischen Hochschulen schon vorbei, aber falls Sie mich direkt kontaktieren, kann man das wahrscheinlich manuell noch nachtragen. Und ja, dann können Sie da gerne teilnehmen. Gut. Das tut mir leid, dass es nicht so funktioniert hat. Also,